Also die Traumgleichheit des Daseins ist das Thema heute und das ist ja eines, das eher auf Durchschauung zielt, an tieferen Verständnis der Realität orientiert ist, also weniger jetzt unmittelbar praktische Bezüge hat. Tatsächlich ist es ja so, dass sich der eine oder andere gelegentlich mal fragt, was ist denn eigentlich Wirklichkeit? Oder wie wirklich ist denn Wirklichkeit? Für den Otto-Normalverbraucher ist das keine Frage. Der hat eher so ein naiv-sorgloses Verhältnis zur Wirklichkeit. Sie ist einfach da, sie ist gegeben, man sieht es doch. Aber nichtsdestotrotz gibt es für den einen oder anderen schon mal einen Zweifel. Und wenn man sich anschaut, so dann geschichtlich, wie sich Menschen mit dem Thema beschäftigt haben, fällt sehr schnell auf, dass es immer Menschen gab, die nicht ganz so naiv an die Sachen herangegangen sind, sondern das eine oder andere in Zweifel gezogen haben. Ob denn das, was man erlebt, wirklich das ist, was es scheint? Und der spanische Dramatiker Calderon hat im 17. Jahrhundert schon das berühmte Stück geschrieben, das Leben ein Traum. Und wenn wir an den großen Shakespeare denken, der hat ja auch in seinem Sturm den Vers mal geprägt, Wir sind von solchem Stoff wie der von Träumen. Und das kleine Leben ist umfasst von Traum. Also da ist auch schon ein Hinweis in der Literatur. Und umso mehr im spirituellen Kontext. Ich denke immer an den guten alten Zhuangzi, der mich mal sehr beeindruckt hat mit einem kurzen Statement. Vor vielen Jahren habe ich das mal gehört, habe ich nie wieder vergessen. Der sagt nämlich, ich Zhuangzi träumte einst ein Schmetterling zu sein. Und dann erwachte ich. Und jetzt weiß ich nicht, bin ich Zhuangzi, der träumte ein Schmetterling zu sein, oder bin ich ein Schmetterling, der träumt Zhuangzi zu sein. Damit wird unsere Problematik sehr deutlich. Aber die Beispiele, die ich genannt habe, sind Beispiele dafür, dass man eher ahnt oder vermutet, dass da ein Problem sein könnte, es aber nicht wirklich tief fasst oder nicht wirklich erklären kann und nicht in eine verständliche und nachvollziehbare Fassung bringen kann. Aber glücklicherweise kann man es, man kann die Frage, die ich angesprochen habe, verstehen und auch eine vernünftige Antwort geben. Und damit ist klar, worauf ich hinaus will. Denn es gab ja einen großen Menschheitslehrer, der der Buddha genannt worden ist. Und Buddha ist ja nun nicht ein Eigenname, sondern ein Ehrentitel. Ein Titel, der etwas über diese Person sagt, eine ganz grundlegende Eigenschaft dieser Person charakterisiert, nämlich, dass er ein Buddha ist, ein Erwachter ist, jemand, der aus dem Daseinstraum erwacht ist und in die unmittelbare Realität hineingefunden hat und diese Realität auch ungedrückt erlebt. Und als er noch kein Buddha war, wurde dieser Person, dieser Mensch, Bodhisattva genannt. Und ein Bodhisattva ist ein Wesen, das auf das Erwachen zugeht. Also ein Wesen, das noch nicht erwacht ist, es aber zu seinem Programm gemacht hat, dieses Erwachen einmal zu erleben. Und damit ist schon klar, dass der Name des Erwachten zugleich das Programm für das ist, was er lehrt. Und die Traumhaftigkeit der Existenz ist, wenn man so will, ein Kernthema, ein Kernthema des Dhamma überhaupt. Allerdings, und das hat so ein bisschen einen kleinen Nachteil, man kann relativ schnell sagen, vom Verstand her, vom Intellektuell, ja, das wird wohl so sein. Aber dieses in sein Leben so hineinzunehmen, dass man es auch bei sich selbst erlebt und realisiert und die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht, das ist eine ganz andere Sache. Und wenn man sich darauf einlässt, wird man merken, wie zäh der Traum ist, in dem wir uns befinden und wie schwierig es ist, sich aus diesem Sumpf von Illusionen zu befreien und herauszuarbeiten. Worum es heute Abend gehen soll, ist einmal, dieses Thema zu thematisieren, es anzusprechen, nicht jetzt systematisch und umfassend darzustellen, das wird gar nicht gehen an einem Abend, aber wenigstens es mal anzureißen, so eine Art Problembewusstsein zu gewinnen und damit auch wieder mal einen Anstoß zu geben, dass wir aus dieser unheilsamen Gewöhnung an diese Traumgewöhnung herauskommen, dass wir uns umgewöhnen in Richtung von Realität und Wirklichkeit, wie sie ungedrückt beschrieben werden kann. Wir alle kennen ja einen Standardsatz, ob wir ihn uns so formuliert haben oder ob wir das mehr so vom Unbewussten her fühlen. Und dieser Satz lautete in etwa, ich habe das ja erlebt, also gibt es das. Also da ist eine Auffassung, die als selbstverständlich voraussetzt, dass die Sinne, die äußeren weltlichen Sinne, mit denen wir ausgestattet sind, dass die so etwas wie die Wirklichkeit abbilden oder wiedergeben. Also die Augen, die Ohren und die anderen Sinne liefern die Daten, die uns etwas über die Wirklichkeit sagen. Und hinter dieser naiven Auffassung steckt eine ganz schlichte materialistische Weltanschauung, die, wenn man so will, von der Objektivität der Welt ausgeht, die sagt, es gibt die Welt an sich, die tausend Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, sind unabhängig von mir, irgendwo da in Raum und Zeit. Ob ich jetzt lebe oder tot bin, ob ich jetzt hier in diesem Raum sitze und mit euch rede oder tot umfalle, ist im Grunde völlig egal. Das, was wir Welt nennen, das macht seinen eigenen Stiefel weiter. Diese Dinge laufen weiter, die sind weiter da, unabhängig von uns persönlich. Anders formuliert, diese Auffassung von Wirklichkeit besteht darin, dass man glaubt, dass unser Geist in der Lage ist, so etwas wie ein Abbild von dem zu liefern, was da an sich ist. Wir geben durchaus zu, dass dieses Bild, das wir von der Realität haben, dass das mal eingeschränkt sein kann, dass das mal getrübt sein kann, dass wir da nicht immer auf der Höhe sind, aber vom Prinzip wird unterstellt, da ist die sogenannte Realität, da draußen im Raum und Zeit. Und da sind wir und unser Geist bildet das ab. Er liefert sozusagen etwas Geistiges, was dieser äußeren Realität entspricht. Und genau da, genau an dieser Stelle, setzt der Buddha ein, wenn er dieses Ganze charakterisiert und sagt, das hat nichts mit Sein zu tun, das ist im Kern Schein. Und das ist eine der Hauptlehren, mit denen wir es zu tun haben, dass der Erwachte versucht, uns deutlich zu machen, zu unterscheiden, was scheinhaft ist und was wirklich substanzhaft ist an dieser Existenz. Und im Suttani Pata am Anfang, da gibt es ein paar Verse, wo immer wieder wiederholt wird, in derselben Art und Weise, in derselben Formulierung wird immer wieder gesagt, das Ganze gilt nicht wirklich. Oder in einer anderen Übersetzung, erkennend von der Welt, unwirklich ist all dies. Ja, das ist erstmal eine Behauptung. Die Frage ist, wie kann man dieser These, ich nenne es zunächst mal nur These, denn näher kommen, weil die sogenannte Realität, die suggeriert dir doch was ganz anderes, die suggeriert doch, hier bin ich, mich gibt es doch, guck mich doch an, ich bin doch da. Ich denke, zielführend ist eine Frage, die Paul Debes immer mal wieder gestellt hat. Er sagte nämlich immer wieder, woher wissen wir denn eigentlich von den Dingen, von der Realität, von der Welt? Woher können wir denn sagen, dass das da ist? Und seine Antwort, aus der Wahrnehmung, aus der Erfahrung. Denn tatsächlich ist nichts für uns real und kann auch gar nichts real sein, was nicht in irgendeiner Weise über die äußeren Sinne und den Geist in unserem Bewusstsein aufsteigt. Da könnte man noch sagen, ja, das tut das Abbild doch auch, aber die Behauptung hier ist, es gibt nichts anderes als diese Bewusstseinsprozesse. Es gibt nichts anderes, als das ständige Aufsteigen von Wahrnehmungen, von Erfahrungen über die fünf äußeren und den inneren, den geistigen Sinn. Also wir wissen nur etwas, wenn es im Geist präsent ist, aber die unterstellte, von uns normalerweise unterstellte, objektive Welt, da ist sie doch irgendwo, ist doch selbst wiederum nur ein Gedanke. Das heißt, man kommt über die Tatsache, dass Realität nichts anderes ist, als das, was erlebt ist, überhaupt nicht hinaus. Denn alles, was jenseits der Erfahrung, jenseits des Erlebens gedacht ist, ist ja selbst wieder innerhalb des Systems Erleben, Denken und was außerhalb dessen ist, ist für uns immer, wenn es es gibt oder nicht, ist völlig egal, ist für uns völlig unzugänglich und damit völlig irrelevant. Da will ich P.D. nochmal zitieren, weil er der, nicht der Einzige, aber der Einer der Wenigen ist, der auf diese Problematik aufmerksam gemacht hat. Er sagt, Wahrnehmung ist die Dimension der Existenz. Also Existenz ist nicht irgendeine materielle Realität, Sondern Wahrnehmung ist die Dimension der Existenz. Und er hat früher oft auch das Wort von der Bewussthaftigkeit des Daseins gesprochen oder gebraucht. Nicht? Dasein ist Bewussthaftigkeit, was im Geist passiert. So, also wir unterliegen praktisch permanent, ob wir das merken oder nicht, einer Täuschung von einer Scheinrealität, die aber ganz anders ist, als sie sich zeigt. Da fragt man sich, wieso kommt denn das, dass wir darauf hereinfallen? Im Grunde ist das ganz einfach erklärt, wenn wir unsere Erlebensweise, unsere Tageserfahrung uns angucken, da stellen wir fest, dass sich dauernd irgendetwas ändert. Dauernd tauchen in diesem Bewusstsein irgendwelche Dinge auf, Menschen tauchen auf, Vorgänge, Prozesse, Aktivitäten, tausenderlei Dinge. Die merken wir, weil sie sich dauernd ändern. Jetzt ist es dunkel, vorhin war es hell, jetzt sind hier 15 Leute, 14 im Raum, vorhin war keiner drin. Also da tut sich etwas und das merkt man relativ schnell. Was man aber nicht merkt, ist das, was sozusagen der Hintergrund dessen ist, dass alles immer erlebt ist. Dieses Erleben selbst merken wir nicht, weil es immer da ist. Das berühmte Bild, um das zu erklären, ist immer der Fisch im Wasser. Der Fisch im Wasser sieht tausenderlei Sachen, aber was er nie mitkriegt, dass er im Wasser ist. Weil dieses Wasser immer Teil seines Erlebens ist und was immer da ist, nimmt man überhaupt nicht wahr. Erst wenn der Fisch mal aufs Trockene geworfen wird und japst, dann merkt er, hoppla, da war irgendwas anderes, das muss wohl Wasser gewesen sein. So ungefähr. Also das ist der Hintergrund, warum wir diese Täuschung erleben, weil wir das Allernächste, das Allerbanalste übersehen, nämlich die Tatsache, dass alles, von dem wir als Realität sprechen, immer nur erlebte Realität ist. Das, was im Bewusstsein, in der Erfahrung auftaucht. Noch mal ein Satz zur Plausibilität Unterstellung objektive Welt und erlebte Welt. Die Frage ist, kann man beweisen, dass es eine objektive, von uns unabhängige Welt gibt? Nein, das kann man nie beweisen, weil was außerhalb unserer Erfahrung ist, ja, gar nicht erlebt und nicht besprochen und nicht bewiesen werden kann. Aber das Welterleben, Dasein, in der Wahrnehmung ist, das beweist sich selbst, in der Wahrnehmung selbst. Dadurch, dass ständig Erleben ist, dadurch, dass ständig etwas Neues auftaucht, beweist sich ja, dass diese Dinge, diese Prozesse da sind. Jetzt komme ich zu zwei Fehleinschätzungen, die ganz wichtig sind in dem Zusammenhang. Also unterstellen wir mal diese These der Bewussthaftigkeit, Klammer auf, von der der Buddha gesagt hat, ich habe die Dinge so gesehen. Ihr könnt das auch so sehen, komme ich später nochmal drauf. Also unterstellen wir mal, Existenz ist bewussthaftig. Da gibt es zwei Fehleinschätzungen, denen man leicht unterliegt. Die erste ist, dass man sagt, ich erlebe die Welt. Mich gibt es, weiß ich ja, weil ich gucke mich an, fühle mich. Also mich gibt es, aber die Welt da draußen, die ist nur erlebt. Das ist nur Wahrnehmung. Das ist sozusagen etwas Geistiges, etwas Künstliches. Die Wesen vielleicht auch andere, die sind materiell, aber wie gesagt, Welt, das ist was die Wahrnehmung angeht. Und in der Philosophie gab es und gibt es noch eine Extremposition, die wird Solipsismus genannt. Y ist man selbst Solus allein. Das ist eine Position. Im Grunde gibt es ja nur mich. Und alles andere ist ja nur erlebt. Auch die anderen Wesen sind nur erlebt. Im Kern bin ich sozusagen der Chef vom Laden. Aber da muss man jetzt genau aufpassen, weil das kein schwieriger Punkt ist, aber auch einer, der leicht übersehen wird. Wenn es heißt, dass das Dasein nur im Erleben real ist, heißt das auch, dass das Ich nur im Erleben real ist. Denn das Ich wird genauso erlebt wie das, was man Welt nennt. Beides kann nur zusammen auftauchen und beides ist immer nur, wie gesagt, Inhalt von Erleben. Also das, was wir Wahrnehmung nennen, was wir Bewusstsein nennen, hat bei uns immer diese beiden Pole. Der eine Pol wird Ich genannt, der andere Pol wird Welt genannt, aber beides gibt es nur aufeinander bezogen. Es gibt nie eine Welt, es gibt nie etwas Objektives ohne etwas Ichhaftes, Subjektives und umgekehrt auch. Die zweite Einschätzung, und die ist oft sehr fatal, die läuft darauf hinaus, dass man sagt, naja, wenn das alles ja nur Wahrnehmung ist, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Dann ist das ja nur Wahrnehmung. Dann hat das ja gar nicht so diese Bedeutung. Etwas Materielles und Materielles sein, ja, das ist sehr manifest, das ist stabil, das ist was Dauerhaftes, das ist was Haltbares und hat auch entsprechenden Einfluss auf mich. Also wenn man das bildhaftig klar machen will, so ein richtiger Ziegelstein auf dem echten Kopf, der erzeugt eine reale Wunde. Aber wenn alles nur Wahrnehmung ist, dann kann das mir doch im Grunde gar nicht viel anhaben, dann ist das doch etwas sehr Flüchtiges und Oberflächliches und Nebensächliches. Das wäre allerdings eine große Täuschung, denn ich sage, die Erlebnisvorgänge, über die wir reden, sind ja nicht weniger real, sondern sie sind nur anders real. Also ein geträumter Ziegelstein auf einem geträumten Kopf mit einer geträumten Wunde tut genauso weh, wie wenn es ein echter Ziegelstein wäre. Also da gibt es gar keinen Unterschied, was die Realität, den Realitätsgehalt für uns anbelangt, weil der wahrgenommene Schmerz ist der reale Schmerz. Und unser Alltag zeigt uns ja permanent, wie die Wahrnehmungen, in Anführungsstrichen, die wir nur Wahrnehmung nennen, trotzdem unser Leben bestimmen und uns sozusagen in Freude bringen, in einerseits, in leidvolle Situationen andererseits, aber immer uns etwas anhaben, immer etwas ist, was unsere Realität, unsere Erlebensrealität bestimmt. So, wenn man jetzt versucht, das sich mal ein bisschen noch näher zu bringen, indem man eine Analogie sucht zu dem, was wir schon erfahren haben in unserem Leben. Bisher klingt das ja thesenhaft, der Buddha sagt, Existenz heißt erleben. Das Lehrbeispiel, um das näher zu verstehen, ist der gesamte Komplex der nächtlichen Träume. Weil daran kann man sehr viel ablesen und sehr viel lernen. Denn in den nächtlichen Träumen passiert ja nichts anderes, als dass da ein Ich auftaucht, in irgendeiner Situation und die jeweils auftauchenden Szenen werden im jeweiligen Fall als vollkommen authentisch erlebt. Was man im Traum erlebt, ist in diesem Moment absolut Realität. Jetzt komme ich nochmal auf den geträumten Ziegel zurück. Also wenn wir im Bett liegen, ja, und es fällt uns dann ein Ziegel auf den Kopf, ist der real, gar nichts anderes. Das Dumme ist nur, oder das Schöne ist, wenn wir erwachen, wissen wir dann im Nachhinein, dass das, was vorher war, nur Traum war. Hier gilt wirklich nur Traum. Denn was eben noch wehgetan hat, die Bilder, die uns eben noch fasziniert haben oder abgestoßen haben, die lösen sich wie in ein Nichts auf. Und wenn man erwacht ist, weiß man auch, dass das alles nur projizierte Bilder waren. Dass das gar keinen materiellen Gehalt hatte und nach dem Aufwachen auch keinen mehr hat und keiner kümmert sich mehr um das, was vorher erlebt worden ist. Und das ist der Unterschied zwischen dem Traumbewusstsein und unserem Wachbewusstsein. Im Traumbewusstsein haben wir nur die eine Dimension, die wir dann für real halten. Wenn wir erwacht sind, haben wir zwei Dimensionen. Das Tagesbewusstsein und das Traumbewusstsein. Und im Tagesbewusstsein wissen wir, dass das vorher Illusion war, Täuschung, nicht real in dem Sinne. Und dass das, was wir jetzt erleben, sozusagen außerhalb des Bettes und außerhalb des Schlafzimmers, dass das jetzt das real ist, dass das die Wirklichkeit ist. Und das ist eben eine große Täuschung, an der der Buddha ansitzt. Jetzt komme ich nochmal auf das Wort Buddha erwacht. Denn hier, an dieser Stelle, geht der Buddha einen entscheidenden Schritt weiter, indem er sagt, das, was ich eben unter dem Aspekt von Traum beschrieben habe, gilt für das Wachbewusstsein ganz genauso. Das Wachbewusstsein, das für uns die Wirklichkeit schlechthin ist, ist nichts anderes als ein anderer Traum. Nur mit dem Unterschied, dass wir aus diesem, unserem Traum bisher noch nicht erwacht sind, sich auch noch nicht andeutet, dass sich da was Wesentliches tut, dass der Buddha von sich aber sagt, ich habe diesen Scheintraum, diese Scheinwirklichkeit transzendiert. Und in dem, was immer mal die Weisheitsdurchbrüche genannt wird, da ist das in einer Weise geschehen, dass der Buddha darüber nicht nur spekuliert, sondern dass das Phänomen des Erwachens für ihn Realität geworden ist und er das Tagesbewusstsein auch als solches durchschaut hat. Also nicht nur darüber spekuliert hat, ist das jetzt echt oder gibt es etwas dahinter, sondern er hat unmittelbar erfahren, dass das Traumgespenster sind. Das Dumme ist nur, wenn morgens der Wecker klingelt, dann sind wir relativ schnell aus unseren Nachtträumen heraus in unsere Realität transzendiert. Das ist kein großes Problem, Klammer auf, obwohl wir nächste, in der nächsten Nacht wieder in die selbe Situation kommen können. Aber was wirklich schwierig ist, ist aus diesem Tagesbewusstsein, diesem alltäglich gelebten Traum herauszukommen, weil der unendlich viel zäher und nachhaltiger ist und weil wir in aller Regel davon nicht einmal wissen, dass das nur ein Traumbespenst ist. Und jetzt komme ich nach einer etwas längeren Einleitung zu dem Buddha selbst, der ja auf seine Art und Weise uns das nahe bringen will, um was es in der Sache geht. Und ich habe da ein paar Passagen aus seinen Belehrungen herausgesucht und will die euch vortragen und dann ein bisschen kommentieren. Das erste ist aus der mittleren Sammlung die 54. Rede. Da heißt es gleich wie etwa, wenn ein Mann ein Traumbild sähe, einen schönen Garten, einen freundlichen Hain, eine heitere Landschaft, einen lichten See und wie der Erwacht nichts mehr erblickte. Ebenso nun auch bedenkt der edle Schüler bei sich Traumbildern gleich sind die Sinnendinge, hat der Erhabene gesagt, voller Leiden, voller Enttäuschung, das Elend überwiegt. Dieses erste Bild ist sehr zugeschnitten auf unsere Erlebniswelt. Wir leben ja in der Dimension der sinnlichen Erfahrung und auch des sinnlichen Genusses. Wir sind ja ständig konfrontiert mit den tausend Dingen, die die Welt liefert, von denen wir auch unsere Befriedigung und unser Heil suchen. Und wenn wir da die Dinge anschauen, die uns verlocken oder abstoßen, dann sind die in dem Moment völlig real. Und die Eigenschaften, die wir da unterstellen, dass etwas schön oder nicht schön ist, befriedigend oder nicht befriedigend ist, die unterstellen wir immer den jeweiligen Dingen selbst, weil die Dinge diese oder jene Eigenschaft haben, deshalb tun sie uns wohl oder deshalb tun sie uns weniger wohl. Wir haben keinerlei Zweifel, der normale Mensch hat keinerlei Zweifel am So-Sein dessen, was er um sich sieht. Er erkennt die Traumhaftigkeit nicht und hat auch von sich aus keine Möglichkeit aus dieser Traumhaftigkeit zu erwahren. Es braucht sozusagen den Anstoß von außen, das ist die Funktion eines Buddha, der uns rüttelt und schüttelt und den Wecker uns hinstellt und uns aufrüttelt und sagt Leute, ihr träumt, ihr wisst es nicht, wacht endlich auf und eure Sinnenwelt ist nichts anderes als ein Konglomerat von selbst zusammengebrauten Bildern, die ihr ernst nehmt und auf die ihr hereinfahrt. Und die Flüchtigkeit, das brauche ich nicht groß zu betonen, die Flüchtigkeit all der Phänomene, mit denen wir zu tun haben, ist ja mit ein Grund dafür, dass es uns nicht wirklich gut gehen kann, weil das, was wir brauchen und notwendig haben und uns ersehnen und wünschen, zerrinnt ja irgendwann unter unseren Fingern, genauso wie wir selbst, unsere Persönlichkeit, Körper, Geist, Gefühle, alles nur rieselnd ist, alles keinen Bestand hat und wirklich wie Traumbilder sich irgendwie auflösen. Hier ist von der Karma-Welt die Rede, von der Welt der Sinnensüchtigkeit, also unsere Welt. Da will ich nur eine Bemerkung noch machen, weil dieses Wort so eine Doppelbedeutung hat, die man schnell übersieht. Karma sind einerseits die Sinnendinge, das, was wir als Objekte erleben und wahrnehmen, Karma ist aber auf der anderen Seite auch unsere Süchtigkeit, unser Verlangen nach diesen Dingen. Und wichtig ist, dass beides nur zusammen existiert. Wir haben so den Eindruck, ja, das sind die Sinnendinge und ich habe da einen Bezug dazu, ich möchte sie. Aber der Wachte sagt, beide gibt es nur im Doppelpakt. Wo kein Verlangen ist, gibt es auch keine Sinnendinge. Die gibt es nur zusammen, weil letztlich das Verlangen der Durst, ich komme darauf zurück, die Sinnendinge zeigt, sie uns vor Augen führt und uns als Schimäre hinstellt. Und das Ende dieses Daseins Traumes besteht darin, aus seinen Wünschen herauszuwachsen. Wo keines Sinnes Wünsche mehr sind, kann es keine sinnliche Welt mehr geben. Und das ist bei den Brahmas der Fall, über die wir ja immer mal hier reden. Die Brahmas sind erwacht aus dem Traum der Sinnendinge. Sie sind völlig frei von den Objekten der sinnlichen Lust, aber sie sind nicht frei von einem anderen Traum. Sie haben einen Traum hinter sich gelassen, um in einen feineren, subtileren, nämlich ihren pramischen Traum hineinzuwachsen. Für sie wäre es auch notwendig, dass sie einem Buddha begegnen, der ihnen auch noch sagt, Leute, ihr seid aus einem fast Albtraum aufgewacht, jetzt seid ihr in einem schönen Traum, aber das ist immer noch nicht die Realität, um die es geht. Nächster Punkt. Es ist, wie wenn im letzten Monat des Sommers zur Mittagszeit eine Luftspiegelung erscheint. Ein scharfsichtiger Mann würde sie erblicken, würde über sie nachsinnen, sie gründlich untersuchen. Ihm, der sie erblickt, über sie nachsinnt, sie gründlich untersucht, eben als leer würde sie da erscheinen, als hohl würde sie da erscheinen, als kernlos würde sie da erscheinen. Wie sollte auch in einer Luftspiegelung ein Kern sein? Ebenso auch, was es irgendeine Wahrnehmung gibt, sei es vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nah, die erblickt da einen Mönch, sind über sie nach, untersucht sie gründlich und ihm, der sie erblickt, über sie nachsinnt, sie gründlich untersucht, eben als leer würde sie da erscheinen, als hohl würde sie da erscheinen, als kernlos würde sie da erscheinen. Wie sollte auch in der Wahrnehmung ein Kern sein? Also hier macht der Erwachte besonders den Täuschungscharakter der Wahrnehmung deutlich. Täuschungscharakter heißt, man sieht etwas, was aber nicht an der Stelle ist, wo man sieht und was nicht die Qualität hat, die man sieht. Und das Bild, das er gebraucht, ist das der Fata Morgana. Man weiß ja, dass man in der Wüste Oasen sieht, mit Bäumen und Wasser und Häusern, die so einen realistischen Eindruck auf einen machen, dass man sicher ist, das Ganze ist da. Und trotzdem ist die Oase nicht an der Stelle, wo man sie sieht und sie hat auch nur einen Bildcharakter und nicht einen wirklichen Materialcharakter. Und so sagt er das, was wir Wahrnehmung nennen, dass das nur eine Spiegelung ist von etwas ganz anderem, dass das gar keine Eigenständigkeit, keine Eigenexistenz hat, nur ein sekundäres Phänomen ist, das vom Eigentlichen vorbeigeht. Und es ist klar, das kann man sich auch an diesem Beispiel von der Wüste und der Fata Morgana verdeutlichen, dass wo man eine falsche Blickweise, eine falsche Sicht der Dinge hat, dadurch auch in die Irre gelegt wird. Wer in der Wüste an die Fata Morgana glaubt, darauf zugeht, geht unter. Das muss man sich deutlich machen, dass das für unsere Lebenssituation gilt. Das ist jetzt kein intellektuelles Spiel, um das es hier geht, sondern erwartet, sagt, wer an die Wahrnehmung, wer an die Fata Morgana dieser Wahrnehmung glaubt und sie ernst nimmt, der muss einfach untergehen. Und in der Wüste ist es auch so, dass ein Kundiger weiß, das ist eine Luftspiegelung, lass uns da nicht näher hingehen, lass uns da Abstand nehmen, lass uns den richtigen Weg geben. Und das ist das, was Buddha sich zur Aufgabe gemacht hat, den zu führen und sie in die richtige Richtung zu lenken. Weil das, was man sieht, hohl, leer, kernlos ist, auch wenn das Bild, das da entworfen ist, etwas ganz anderes suggeriert. Und unter dieser Hinsicht will ich jetzt etwas mal besprechen, was in unserem Kopf immer drin ist, bewusst oder unbewusst, nämlich den Begriff Welt. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht witzig herumträgt, den Gedanken, die Welt und die Welt gibt es. Die Welt gibt es doch. Wenn es etwas Selbstverständliches geben sollte, dann ist es die Tatsache Welt. Ich halte das für eines der gewichtigsten und irreführendsten menschlichen Dogmen überhaupt. Aber wie das mit Dogmen so ist, sie sind da und sie sind schwer loszuwerden. Bevor ich auf den Buddha zu sprechen komme, will ich mal den zunächst üblichen, allerwelts üblichen Gebrauch des Wortes untersuchen, damit man den Gegensatz auch mal besser herausarbeiten kann. Ich habe dazu einfach, was ich gern mal mache, Wikipedia angeklickt und gesagt, was hält man denn heute von dem Begriff Welt? Das wird uns auch erklärt. Da heißt es einmal, Welt umfasst nicht Einzelerscheinungen, sondern eine Totalität. Allheit des vielen in einer. So ein Aspekt. Der zweite Aspekt, Welt ist all das, was ist. ist. Das muss man sich merken, Welt ist. Jetzt lassen wir den Buddha mal sprechen. Der Buddha hat auch gesprochen, weil schon damals die Frage nach diesem Thema aufgetaucht ist. Da gab es einen Mönch, der hieß Samidi, der wollte genau das wissen. Er ging zu dem Buddha hin und sagt, Welt, Welt sagt man, was ist nun, O Herr, unter dem Begriff Welt zu verstehen. Antwort des Buddha, ein bisschen anders vielleicht, als wir das erwarten normalerweise, wo es Auge, Ohr, Nase, Zunge, Körper, Geist gibt, wo es Formen, Töne, Düfte, Säfte, Gegenstände, Dinge gibt, wo es das sechsfache Bewusstsein gibt und die durch es bewusst werdenden Dinge, da ist Welt und das ist unter diesen Begriffen zu verstehen, wo jene Sechsheiten nicht sind, da gibt es all das nicht. Wir lernen daraus, dass es von das von Sein oder an sich Sein der Welt keine Rede sein kann. Hier wird genannt, unter welchen Bedingungen Welt aufscheinen, Welt da sein kann. Welt ist Welterscheinung und zwar Erscheinung durch die Aktivitäten der Sinne. Nur wo die sechs Sinne und deren Objekte vorhanden sind, nur dort ist eine Welt zu finden. Das heißt, was wir Kosmos, Universum und so weiter nennen, ist ohne Wahrnehmungsvorgänge überhaupt nicht da. Ja, man muss sogar weitergehen, man muss sagen, dass Welt nichts anderes ist, als der Inhalt von Wahrnehmung. Nicht? Also ohne Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, Denken, keine Welt. Der zweite Bestandteil, hat ja gesagt, Welt ist, das hat der Buddha hier widerlegt, sagt, Welt ist immer nur Erscheinung. Und der zweite Wikipedia-Bestandteil war, Welt ist alles. Das wird da auch noch mal näher definiert unter verschiedenen Gesichtspunkten. Der wichtigste ist der der Naturwissenschaft, wo es heißt, Welt ist deckungsgleich mit dem uns bekannten Universum und allen seinen Bestandteilen. Heißt auf Deutsch, Welt ist eine Ansammlung von Materie und da tauchen auch Menschen auf. Fragen wir uns wieder, was sagt der Buddha denn, was ist denn alles? Ihr werdet überrascht sein. Er sagt nämlich, alles will ich euch zeigen, das hört wohl. Was ist also alles? Auge ist es und die Formen, das Ohr und die Töne, die Nase und die Düfte, die Zunge und die Säfte, der Körper und die Gegenstände, der Geist und die Dinge. Das heißt man Welt. Das heißt man alles. Kosmos, Kosmos ist ja der Schmuck heißt es glaube ich im Griechen, also das was sozusagen die Existenz ziert oder das Universum, das Gesamte des Daseins ist nichts anderes als die Summe von Erfahrungen. Es ist schon eine Summe, eine Totalität, aber nicht von seienden materiellen Dingen, sondern die Summe von Erfahrungen, also von Erlebnis Inhalten. Und da wird uns doch völlig klar, dass jeder Mensch andere Erfahrungen hat. Jeder Mensch lebt, wenn man so will, in einer in seiner Welt und das für alle dieselbe, ja, alle gleiche äußere materielle Welt da sein sollte, ist eine völlige irrsinnige Konstruktion. Bleibt allerdings eine Frage, die ich die ganze Zeit sozusagen beiseite gelassen habe, selbst wenn wir sagen, Welt ist jetzt nichts objektiv Materielles, sondern Welt ist ein Erfahrungsvorgang, ist Wahrnehmungsinhalt, wo kommt das Ganze dann her? Warum taucht denn überhaupt was auf? Der normale Mensch sagt, ja, ich sehe die Dinge, weil sie da sind. Wir brauchen nicht fragen, wo kommen die Dinge her? Gut, entweder der Urknall hat sie geschaffen, oder der liebe Gott hat sie geschaffen, aber ich sehe sie, ich nehme sie wahr, weil sie da sind. Wer nun sagt, das Welt Erfahrungsinhalt ist, der muss ja erklären, wo kommt das Ganze denn her? Warum taucht denn dauernd irgendetwas auf? Fragen wir wieder den Buddha, wo kommt Welterfahrung her? Jetzt dürft ihr raten, was seine Antwort ist. Der Welt Entstehen und Untergang will ich euch zeigen, das hört wohl. Und was ist der Welt Entstehen? Durch die sechs Innengebiete und die sechs Außengebiete entsteht das jeweilige Bewusstsein. Der Drei Zusammenfall ist Berührung, durch Berührung bedingt ist Gefühl, durch Gefühl bedingt ist Durst, durch Durst bedingt ist Ergreifen, durch Ergreifen bedingt ist Werden, durch Werden bedingt ist Geburt, durch Geburt bedingt gehen Alten und Sterben, Kummer, Jammer, Schmerz, Tröbsinn und Verzweiflung hervor. Das ist der Welt Entstehen. Und was ist der Welt Untergang? Durch die sechs Innen- und Außengebiete entsteht Bewusstsein, der drei Zusammenfall ist Berührung, durch Berührung bedingt ist Gefühl, durch Gefühl bedingt ist Durst, eben dieses Durstes restlos entreizende Auflösung, löst Ergreifen und alles weitere sich auf. Das ist die Auflösung dieser ganzen Leidensmasse. Dies nun ist der Welt Untergang. Drei unterschiedliche Fragen und dreimal im Kern dieselbe Antwort. Nur hier wird die Dynamik dieses ganzen Vorgangs nochmal dargestellt und der Urgrund, der Ursprung der Erscheinung der wird im Durst, im Verlangen sozusagen festgemacht. Und das heißt, dass Welt gar nichts statisches ist, sozusagen festes ist, sondern etwas überaus Dynamisches. Da, wo es Fortgesetzte durch den Durst angeheizte psychische Prozesse gibt, da gibt es ein Fortgesetzes immer wieder neu aufkommendes Entstehen und Vergehen von Welt. Die treibende Kraft ist das, was der erwachte Durst nennt, Verlangen nach Erleben, das Verlangen nach haben wollen, das Dasein wollen, etwas Bestimmtes sehen, hören, riechen, schmecken, tasten wollen. Und je nachdem, wie unterschiedlich dieses Begehren ist, so unterschiedlich muss auch die Welt sein, die dadurch erlebt wird. Und wenn das Phänomen Tanha, wenn Durst, wenn Verlangen aufhört, dann muss notwendigerweise auch das Phänomen Welt aufhören. Und da merkt ihr schon, wo der Angelpunkt der gesamten Lehre des Buddha ist. Er würde nicht sagen, man muss die Welt so verändern, dass sie einem passt, weil das kriegt man eh nie hin, sondern man muss den Durst so verändern, dass Welt so ist, wie man sie sich wünscht. Und am besten, wenn man gar keinen Wunsch hat, wenn man gar kein Verlangen hat, braucht auch gar keine Welt mehr aufzutauen. Also wo kein Hunger da ist, muss man auch nichts mehr essen. Ich will dieselbe Wahrheit vom Durst, von Tanha noch aus einer anderen Perspektive beleuchten, die uns vielleicht vertrauter ist. Durst, Tanha ist ja auch der Ausgangspunkt für Denken, Reden und Handeln. Also für das, was wir unsere Alltags Aktivitäten halten und was sie sind. Denn Denken, Reden und Handeln hat nichts anderes zum Ziel, als unsere Wünsche zu befriedigen. Das heißt, den Durst zu löschen, sonst bräuchte man gar nichts zu tun. Durst ist also nichts anderes als der Ausgangspunkt von Wirken. Und Wirken in Pali ist Karma. Und jetzt haben wir noch eine Erklärungsmöglichkeit, wie Welt zustande kommt. Welt kommt durch Karma zustande. Durch Wirken wird die Welt, durch Wirken werden Wesen, am Wirken hängen alle Menschen, sowie ein Laufendraht an seiner Achse. Also Ich und Welt, noch mal aus einer anderen Perspektive gesagt, sind nicht an sich da, sondern sind Produkte Produkte des eigenen Wirkens. Und da, wo es helles Wirken gibt, muss eine helle Welt erscheinen. Da, wo es ein dunkles Wirken gibt, muss eine dunkle Welt erscheinen. Wo das Wirken gemischt ist, zwischen Gut und Übel, muss eine gemischte äußere Welt auftauchen. Und wo kein Wirken mehr ist, kann keine Welt auftauchen und schon gar nicht von alleine sein. Was ist eine Tat, die hell ist und helle Folgen hat? Nur mal ein Beispiel. Da begeht einer in Werken, in Worten und in Gedanken nicht leidbringende Handlung. Hat er das getan, so gelangt er in einer nicht leidbringenden Welt wieder zum Dasein. Und ist er in einer nicht leidbringenden Welt wieder zum Dasein gelangt, begegnen ihm nicht leidbringende Berührungen. Sind ihm nicht leidbringende Berührungen begegnet, fühlt er ein nicht leidbringendes Gefühl, einzig freudvoll. Jetzt mal ausgeführt, wie wirkend es von uns ausgeht, als Erleben, das uns widerfährt, das uns oder zu uns zurückkommt und entsprechende Gefühle auslöst, wie das aussieht. Und letzten Punkt noch, dass wir den Durst noch mal aus einer anderen Perspektive begreifen, denn Durst ist der springende Punkt in unserem Leben. Schließlich sage ich, oder sagt er, erwarte, dass Durst auch bewusst gewordene Dränge des Herzens sind. Das Mögen und nicht mögen im Geist entspricht Anziehung und Abstoßung, Gier und Hass auf der Ebene des Herzens des Chittas. So kann man einerseits sagen, Welt ist das Ergebnis vom Durst, von Verlangen und man kann genauso sagen, Welt ist nichts anderes als der immer neue Entwurf des Chittas. Verwachte sagt, der Gefühl und Wahrnehmung, das ist ja unser Welterleben, sind Aktivitäten des Herzens. Und an einer Stelle spricht der Buddha das Ganze noch mal bildhaft an, indem er von dem Malerherz spricht. Unkanntes Wort von ihm. Was macht ein Maler? Ein Maler hat vielfältige Utensilien, Farben, Pinsel und entwirft daraus immer neue Bilder. Aber die Bilder sind nur geschaffen aus den Utensilien, die der Maler gebraucht. Und so ist es mit der sogenannten Welt. Sie ist auch nur ein Bild, das von den Utensilien des Chitta des Herzens neu entworfen wird. Wie wenn ein Färber oder Maler mit Farbe oder Lack rot oder gelb oder blau auf eine gekletterte Holzplatte oder Wand oder eine Leinwand ein Bild von einer Frau oder einem Mann erschaffen würde? In allen Körperteilen ebenso lässt der unerfahrene Weltgänger schöpferisch eben Form, Gefühl, Wahrnehmung, Wirksamkeit und Erfahrung entstehen. Also der Maler malt Bilder und das Herz malt die fünf Daseinsfaktoren Form, Gefühl etc. etc. die den Schein von Ich und Welt erzeugen. Das Letzte, was zu beachten ist, ist die Vielfalt des Ganzen. Man kann sich mal vorstellen, was man aus den drei Grundfarben alles erzeugen kann. Immer die Malerei, weil es als Beispiel hier genannt ist, wenn man die Museen anguckt, was die verschiedenen Künstler über die Jahrhunderte hinweg an viergischen und runden Bildern gemalt haben, ist das unüberschaubar und es nimmt kein Ende. Es ist kein Ende sozusagen der Vielfalt absehbar. Und genauso ist das mit dem, was das Herz produziert. Das ist so vielfältig und so verschiedenartig, nicht, dass es da auch alle möglichen Varianten gibt oder mehr Varianten, als man sich ausdenken kann. Das ist der Grund, warum der Erwachte sagt, was ist denn das Herz? Das Herz ist wahrlich eine Menge von verschiedenartigem Mannigfaltigem. Und wenn man sich das abschließend jetzt noch mal vor Augen führt, was das für praktische Konsequenzen hat, ich glaube, dann liegen die auf der Hand, wenn man ein bisschen näher hinschaut. Das heißt nämlich, dass wir, ich sage zum Glück, nicht abhängig sind von den scheinbaren harten Fakten der Existenz. Da wird ja immer davon gesprochen, die harten Fakten der Lebenswirklichkeit. Wir sind nicht einer vermeintlichen Realität da draußen ausgesetzt, sondern wir sind im Kern den Aktivitäten des eigenen Herzens ausgesetzt. So wie das zusammengebraut ist, wie das gemacht und zusammengezimmert worden ist von uns im Laufe der vielen Existenzen, so wird uns das jetzt vor Augen geführt, indem es entsprechende Bilder liefert. Das zeigt ja, weil das Herz selbst geschaffen gemacht zusammen gedacht ist, kann es auch wieder verändert werden und kann all das an negativen Eigenschaften verlieren, was wir da inzwischen hineingetan haben. Die Aufgabe, die der Erwachte immer mal wieder stellt, ist, eben nicht in der Gewalt des Herzens zu sein, sondern das Herz in der Gewalt zu haben. Dann bekomme ich noch mal auf das Traum Beispiel zurück. Wenn es uns passiert, dass dieses Chitta verdunkelt wird, aus eigener Dummheit heraus, dann werden einfach Albträume entstehen. Also das Erleben der Daseins Abgründe wird dann Lebensinhalt. Wenn es uns gelingt, dieses Herz zu reinigen, es sauber zu machen, dann entstehen und müssen entstehen Lichteträume, also Träume von übermenschlicher Existenz, von himmlischen Daseinsbereichen. Und wenn es uns gelingt, und das hoffe ich sehr, dass wir das Herz völlig rein machen, dass wir es völlig klären, führt es dazu, dass sich alle Träume auflösen, alle Wahrnehmung irgendwann mal ja als nicht nur nichtig erscheint, sondern überhaupt nicht mehr vor uns tritt. Und damit haben wir wirklich auch den Schlüssel in der Hand zum Verständnis dessen, was der Buddha über Himmel und Hölle gesagt hat. Damit tut sich der heutige Mensch ja besonders schwer, an so etwas zu glauben. Weil kein Astronaut hat es da oben jemals gesehen, dass es da einen Himmel gibt. Wenn man aber versteht, dass Welt nichts anderes ist, als das Erleben aus den inneren dynamischen Kräften heraus, dann ist die himmlische Welt genauso real wie diese menschliche Welt und die untermenschliche Daseinssphäre ist genauso wirklich wie das, was wir erleben. Alles ist insofern real als Schöpfung, als das Bild des Herzens ist. Und noch ein Letztes, nur um es auch anzusprechen, dass man es wenigstens mal gehört hat, wenn man sich diese Zusammenhänge klar macht, wird auch deutlich, was es mit den sogenannten magischen Fähigkeiten zu tun hat. Der normale Mensch kann damit nichts anfangen, weil es den Naturgesetzen widerspricht. für den Buddha waren sogenannte magische Fähigkeiten etwas ganz Normales, weil sie aus einer anderen Art des Herzens hervorgehen, so selbstverständlich hervorgehen, wie die enge, dürre, schmale Realität, mit der wir zu tun haben. Ein allerletztes Stichwort, Buddhisten wird ja immer mal vorgeworfen, dass sie Weltflüchtige sind, nicht, besonders die, die irgendwo im Himalaya untertauchen oder die ins Kloster gehen, die flüchten aus der Welt, da ist die Welt und sie gehen raus, ja, aber wer tiefe Welt verstanden hat, der wird doch nicht mehr sagen, ich flüchte, ich flüchte aus einem Traum, wäre eine absehnte Situation, sondern er sagt, ich flüchte in die Wirklichkeit hinein, ich flüchte aus dem Traum, indem ich erwache und das ist, was der Buddha gelehrt hat, zu erwachen und das ist das Langfristziel, das wir uns gesetzt haben und der heutige Abend sollte dazu dienen, nochmal die Gesamtsituation im Auge zu haben, dass wir nicht von den kleinen, kleinen Problemen unseres Lebens uns auffressen lassen, sondern auch mal die Grundproblematik unseres Daseins vor Augen führen, das heißt nicht die Dinge irgendwie sortieren und klären und besser und schöner machen, sondern aus diesem Daseins Traum zu erwachen. Daseins 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 Untertitelung des ZDF, 2020